Schnell die Leichen wegbringen. Denn sonst werden die anderen noch alarmiert. Äh, was ist hier noch? Juhu, Rüstung, das ist schon mal gut. Neigen, ja, ich will die Flasche ganz sicher nicht neigen. Juhu, eine Flasche Aspirin. Die wollte ich schon immer mal haben. Da ist ein Paket. Dass Unity hier Pakete für mich platzieren kann. Wenn die hier schon drin sind, dann kannst du das doch gleich vernünftig machen. Warum muss ich denn nochmal herkommen? Da ist einer. Juhu, Handbuch gelesen. Schon mal gut. Ja, hier gehe ich nicht raus, da habe ich keine Lust zu. So. Wow. Hm. Wie komme ich da jetzt rüber? Super. Super. Ja, der hat mich wieder bemerkt. Super. Ist mir gerade herzlich egal, wenn er denn jetzt hier ankommt. Und sich erledigen lässt. Na komm schon. Ach egal, ich renne jetzt. Blöd, dass man im Schnee immer diese scheiß Fußspuren macht. So, hier kann man dann... Nichts. Der hat doch nicht mal seinen Kameraden gesehen. Ah, jetzt hat er seinen Kamer... Hat er seinen Kameraden entdeckt? Stimmt, dann hätte ich ja auch entsorgen können. Verdammt. Da hinten. Ja, da ist mir das egal. Rostische Kohlsuppe. Ein Kilogramm Drinderschulter. Ein mittelgroßer geschnittener Kohlkopf. Eine große Zwiebel. Zwei Esslöffel Essig. Eine Knoblauchzehe. Und zwei Esslöffel Zucker. Zutaten in einem großen Topf mit kaltem Wasser bedecken. Eine Stunde ziehen lassen. Drei Stunden kochen. Ja. Also, wenn ihr mal das Rezept nachkochen möchtet... Dort habt ihr es. Da ist kein Lichtschalter. Hm, das ist wieder gefährlich hier. Verdammt. Hä, was haben die denn jetzt gesehen? Das Verbandszeug, das ist gut. Also manchmal... Jetzt habe ich dich nicht. Was? Wo bist du? Kein Leben. Wie schnell ist der denn jetzt rausgerannt? Es ist ein Spion. Kein Alarm, kein Alarm. Kein Alarm geben. Nein, gibt keinen Alarm. Kein Alarm. Kein Deine Dekadenz. Ach, wie kann ich denn sein? Verdammt, er hat Alarm. Verdammt, er hat Alarm. Wieso konnte der jetzt da hinten Alarm geben? So ein Scheiß. Verdammt, jetzt nicht nachladen. Hm. Sogar nicht mal so schlecht. Bin nur fast tot. Aber da ist eine Kappelpanzerung. Hier ist die Bombe. Die zweite. Das ist schon mal gut. Und... Ja, Licht brauche ich jetzt auch nicht mehr ausmachen. Das bringt jetzt auch nichts. Ähm, ja. Warte mal, was mit ein bisschen mehr Action? Juhu. What? Wo kommt der denn schon wieder her? Lieber Sergej, vielen Dank für deinen Brief. Selbstverständlich vergebe ich dir. Ich weiß, dass du betrunken warst. Abgesehen davon sieht man die Narbe fast gar nicht. Ich kann kaum glauben, dass du mir bei amerikanischen BlueJeans besorgt hast. Ich vermisse dich so sehr. Ich muss dich sofort besuchen. Bist du sicher, dass sie die richtige Größe haben? Oh, wie sehne ich mich danach, dich zu sehen? Ich bin ja so aufgeregt. Wie habe ich von den BlueJeans geträumt? Anja. Ich mach dir ein Papierkram. Bestimmt nicht. Du warst ein Papierkram. Ja. 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 Wie mach ich das jetzt? Einfach wieder wie gerade? Da hinten ist er. Er kommt jetzt her, das ist gut. Ja, wo ist er denn? Ach, müh. Woran der denn jetzt hin? Hä? Ach, verdammt, wie kann ich? Y? Ja. Das war gar nicht mal so schlecht. Ich verdiene an Lob. Nein, da ist noch einer. Zum Glück. So, jetzt habe ich aber alle, denke ich. Ich hoffe, dass da nicht noch mehr nachkommen. Gummistempel ohne Griff gefunden. Super. Benutztes Taschentuch. Aber es gibt ja so Leute, die stecken immer benutzte Taschentücher in den Ärmel rein. Ja, ist das eklig. Ah, du, du, du. Die Bombe kann ich gleich da oben platzieren. Zieh noch was auf dem Laster. Ein Geschenk für mich. Ein wütendes Kätzchen. Wie viel da brauche ich eigentlich? Fertigkeiten, Punkte. Ähm, Treffsicherheit. Tarnung. Ja, Gesundheit ist eigentlich besser. Wie viel brauche ich? 3000, ne? So viel habe ich noch nicht ganz. Nein. Durchgekautes Kaugummi habe ich gefunden. Phosphor. Hm, hm, hm. So, wo war ich schon drin? Da war ich drin. Dem Haus? War ich da drin? Ah ja, ja, ich war da drin. Ja. Da geht's nicht weiter. Yeah. Abschnitt geschafft. Kapitel 4. Das alte Archivgebäude. Ach, verdammt, ich wollte gerade was trinken. Warum geht das Laden so schnell? Ähm. Überwachungskamera. Sollte eine Überwachungskamera sie entdecken, wird der Alarm ertönen, wodurch Verstärkung zur Durchsuchung in das Gebiet kommt. Die Kamera wird etwas Zeit benötigen, um sie ans Visier zu nehmen und als Bedrohung zu identifizieren. Also müssen sie lernen, sich in dem Moment außer Sicht zu bringen, wenn sie das charakterischere, mechanische Surren des sich drehenden Objektivs hören. Da Kameras von fern überwacht werden, wird ihre Zerstörung einen Alarm auslösen. Aber sie können spezielle Munitions zum Ausschalten von Kameras für ihr Mehrzweckwerfer verwenden, um sie funktionsuntüchtig zu machen. Wo ist Michael? Akten sortieren im Hauptarchivgebäude. Warum? Was hat er gemacht? Schukov hat ihn mit einem Ami-Magazin erwischt. Pornografie? Schlimmer. Anlagen. Ich hätte Michael nie für ein Kapitalistenschwein gehalten. Er sagte, er benutzt es als Toilettenpapier, weil sie seit drei Wochen keins mehr haben und er keine patriotische Literatur entehren wollte. Trotzdem hat Schukov ihn bestraft? Wenn du mich fragst, wollte er nur das Magazin. Hätte er Michael nicht bestraft, hätte er das nicht konfiszieren können. Naja, Schukov geht ja wohl bald in den Ruhestand. Oh, hat er mich jetzt ges... Oh, ich hab den nicht mal gesehen und der sieht mich, ne? Weiß nicht, ich speichere jetzt und dann versuche ich einfach mal. Ja, ist mir egal, ist ein Alarm. Wieso kommen die von draußen? Da ist doch ein Lade. Hä? Wieso kommen die von draußen? Hä? Ja, ich weiß, dass ich eliminiert wurde. Das ist mir fast nicht aufgefallen. Wir haben womöglich einen Eindringling. Ähm, soll ich das nochmal probieren? Oh, nichts. War wohl nur ein Bild. Ja, war nur ein Bild. Was ist das für ein Geräusch? Das war eine Tür, das Geräusch. Hehehe. Gibt keinen Alarm. Ich weiß nicht, wohin. Oh, verdammt. Hier oben geht's weiter. Ah, das war schon wieder nix. Hier nach unten geht's auch. Wo muss ich denn eigentlich hin? Gib ein Licht aus! Ein Spion! Ich bin nicht nicht die Züge. Er kommt. Mir leid, Genosse, aber so ging es nicht die Abhängigkeit. Oh, schöner, ich bin nicht die Zauber. Ich bin nicht die Züge. Ich bin nicht die Züge. Jetzt gibt's Ärger. Jetzt komm ich's. Jetzt gibt's Ärger. Das ist... Ich bin ein Spion. So ganz unauffällig war das hier jetzt leider nicht. Ja, wahrscheinlich muss ich diese Maschine irgendwie zerstören, aber ich hab noch nicht Bombe dafür. Würde ich jetzt mal schätzen. Oder ich bin einfach komplett falsch im Keller. Da ist ne T-Kanal. Da ist ne T-Kanal. Thermoskanal.